Rarity's große Leidenschaft ist die Mode und sie weiß, wenn man mit anderen teilt, hat man selbst mehr davon. Mode und ihre Vorliebe für funkelnden Schmuck machen sie so beliebt an der Cantaloupe High. Wenn Rarity nicht gerade selbst neue Designs entwirft, kümmert sie sich darum, dass ihre Freundinnen immer die angesagtesten Kleider tragen, die die Modewelt zu bieten hat. Mit der Aussicht auf den Herbstball, bei dem Twilight Sparkle um die Krone kämpfen will, hat Rarity eine Menge zu tun. Sie ist glücklich, wenn sie ihren Freundinnen helfen kann und sie sorgt immer dafür, dass sie fantastisch aussehen. Lerne jetzt Rarity und die anderen Equestria Girls kennen. Geh gleich auf mlpeg.com